Seid ihr herzlich willkommen, Channeling aus der Bibel. Ich öffne dieses Buch, weil ich bin sehr neugierig, was die aktuelle Botschaft ist. Du wirst etwas abschließen. Du wirst es beherrschen. Dann bist du frei. Du sollst es so betrachten. Du wirst jetzt handeln. Es kommt etwas Neues. Das wirst du jetzt durchführen. Du wirst etwas abschließen. Und das war die aktuelle Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Und das war die Tatsache deinunter Game und alles Gute. Das war's ein н80er傳. Ich wünsche euch eine Tatsache.